Die Players' Championship Saison 2024 ist eröffnet. An diesen Tagen fanden die ersten beiden Turniere in Wiggins statt. Im heutigen Video schauen wir uns drei Takeaways an, die wir mitnehmen aus diesen ersten beiden Turnieren. Und außerdem gibt es einen Blick auf die Ergebnisse und die Rankings. Takeaway Nummer 1 bezieht sich auf den Spieler der Stunde und zwar Luke Littler, denn er ist jetzt auch auf der Proto angekommen. Und er schnappt sich gleich mal den Turniersieg bei Players' Championship Nummer 1. Er schlägt auf dem Weg dahin vielleicht nicht die höchsten Namen, also das waren eher so Spieler aus der zweiten Reihe. Allerdings in einem sehr hochklassigen Finale setzt er sich gegen Ryan Searle mit 8 zu 7 durch. Dort spielt er ein 109er Average, Searle selber mit einer 111 und verliert dieses Spiel am Ende. Das ist eigentlich Wahnsinn und es zeigt einfach wie hoch das Niveau ist und auch wie hoch das Niveau ist, dass Luke Littler mittlerweile performen kann. Danach an Tag 2 lief es nicht ganz so gut für den Nuke. Er verlor in der zweiten Runde gegen den Polen Radek Zaganski. Trotzdem mehr als ein Auftakt nach Maß für Luke Littler. Ebenfalls erfolgreich war Gary Anderson. Er konnte sich Turnier Nummer 2 sichern. Schlug dort im Finale ebenfalls Ryan Searle mit 8 zu 5. Also auch für Ryan Searle ein gutes Wochenende. Aber Gary Anderson einfach hier an diesem Tag unschlagbar gewesen. Spielt im Achtelfinale ein Average von 117 Punkten gegen den Belgier Andy Bartons. Also man muss wirklich sagen, toller Start für Anderson und auch für Luke Littler. Takeaway Nummer 2. Das bezieht sich auf die vielen neuen Datter, die wir gesehen haben. Und zwar gleich 3 an der Zahl. Alle bei Players Championship Nummer 1. Wie könnte es anders sein? Natürlich war mal wieder einer von Luke Littler dabei. Der hat nämlich diesen gegen Michele Touretta gespielt. Michele Touretta kommt ja aus Italien, ist also auch ein Tourcard-Neuling. 6 zu 5 gewinnt Littler dieses Spiel, spielt dort den neuen Datter. Ebenfalls einen neuen Datter gab es von Leighton Bennett. Auch er bei seinem Proto-Debüt gegen auch einen Proto-Debütanten mit Lukas Wenig. Da gab es auch einen neuen Datter und auch ein alter Hase hat zugeschlagen mit dem perfekten Spiel. Und zwar Mickey Mansell in seiner Partie gegen Christoph Artaiski. Und das letzte Takeaway bezieht sich auf die Umstände in Wigan. Denn darüber hat sich Gervin Price in seiner Insta-Story beschwert. Er hat sein Spiel gegen Brandon Dolan abgebrochen. Hat das nicht weitergespielt, hat Brandon Dolan sozusagen den Sieg geschenkt. Denn ihm haben die Umstände nicht gefallen. Es war wohl keine profihaften Konditionen, also profihaften Bedingungen. Es war wohl sehr kalt in der Halle. Sehr interessant dabei ist nur, dass Price der einzige Spieler war, der sich öffentlich darüber beklagt hat. Und auch der einzige Spieler war, der das Turnier aufgegeben hat. Natürlich muss man hier beachten, Price ist auch in einer Position, wo er sich das leisten kann, das Turnier aufzugeben. Denn er steht in dem Ranking so gut da. Er braucht sich um Europinto und die Major-Turniere keine Sorgen machen. Das ist natürlich für Spieler aus den hinteren Reihen nicht ganz so einfach. Trotzdem ein sehr interessanter Aspekt von diesen beiden Turnieren. Jetzt schauen wir auf die Ergebnisse. Und wir legen los mit Players' Championship Nummer 1. Und dafür müssen wir ganz nach unten scrollen. Denn ich möchte zuerst auf die Deutschen schauen. Und da lief es relativ erfolgreich in der ersten Runde. Da sind fast alle durchgekommen. Also Martin Schindler, Riccardo Pietrecco, Gabriel Clemens, Pascal Ruprecht mit Siegen ebenfalls. Paul Krone und Lukas Wenig durchgekommen. Lediglich Florian Hempel und Daniel Klose mussten sich geschlagen geben. In der zweiten Runde war es dann nicht mehr ganz so erfolgreich. Da hatten wir nur Riccardo Pietrecco, der durchgekommen ist. Es ist aber trotzdem krass zu sehen, wie viele Deutsche mittlerweile auf der Tour sind. Und es wird immer schwieriger, dabei den Überblick zu behalten. Aber trotzdem eine sehr positive Entwicklung natürlich. Dann setzt sich Riccardo auch noch durch in den Top 32 gegen Adam Smith-Neal. Obwohl er 11 Punkte im Average weniger spielt. Also das gewinnt man eigentlich auch so selten. Aber er schafft es. Hier das angesprochene Spiel von Dolan gegen Price. Was ja Dolan gewonnen hat durch die Tatsache, dass Gerwin Price aufgegeben hat. Im Achtelfinale war dann Schluss für Riccardo. Er verliert gegen Brenton Dole mit 6-4. Und Luke Littler mit einer 108,99 gegen Cameron Manzies. Also ein richtig starkes Spiel. Was trotzdem auffällt, es kann natürlich sein, es lag wirklich an den Bedingungen. Aber generell waren es viele etwas schwächere Averages. Auch wenn man sich die Halbfinals anguckt. Da ist dann gerade mal einer, der über 90 spielt. Also da war noch Luft nach oben. Also vielleicht ist es wirklich so lange nicht mehr auf kompetitiver Ebene gespielt, die Pros. Und vielleicht haben sie noch ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Finale war trotzdem super. Wir gehen mal in den Score rein und sehen hier. Das schlechteste Leck war ein 18-Darter. Danach nur 15 Darts und weniger. Also das ist schon eine beeindruckende Leistung gewesen. Und Luke Littler holt sich hier damit seinen ersten Erfolg bei den Players' Championship Turnieren. Players' Championship Nummer 2 wurde ja gewonnen von Gary Anderson. Aus deutscher Sicht eher etwas, ja, nicht ganz so erfolgreich. Es gab ein paar Sieger, unter anderem Paul Krone. Der war richtig gut unterwegs. Genauso wie Florian Hempel. Auch der gewann seinen Auftakt. Riccardo Pietrecco kommt durch. Aber auch hier nicht mal eine 8-7 Average. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber am Ende, wenn er die Spiele gewinnt, dann denke ich mal, kann man auch damit leben. Paul Krone schlägt dann Christoph Ratajski. Und das ist ja jemand, der für deutsche Spieler immer relativ schwer zu knacken war. Anderson zeigt auch hier schon, was in ihm steckt an diesem Tag. 106 gegen Adam Gavlas. Dann hatten wir den Sieg von Paul Krone gegen Nathan Espinel. Ein 6 zu 5 für den Deutschen. Er verlor dann zwar gegen Nils Sonnefeld. Aber in den Top 16 eine Riesenleistung von Gary Anderson. 117 im Average. Und dann gucken wir einfach mal auch hier mal auf die Scores. Und sehen, wenn du zwischen 11 und 15 Darts-Dileks spielst, dann machst du nicht so viel falsch. Und gewinnst das Spiel dann am Ende auch. Im Halbfinale schlägt Anderson Peter Wright mit einem 108er Average. Trotzdem für Peter Wright ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Der sucht ja nach wie vor vor nach seiner Form. Und ich denke, der kann damit gut leben. Und am Ende ist es ein 8 zu 5 von Anderson gegen Ryan Searle. Sehr interessant, wie ich fand hier. 2-10-Darter von Anderson. Spielte zuvor im vorletzten Leck ein 12er. Danach kommt der 10er. Also ein sehr, sehr starker Auftritt vom Flying Scotsman. Beim Blick auf die Rankings macht es wenig Sinn, jetzt schon aufs World Matchplay und so zu schauen. Dafür ist es einfach auch noch zu lang hin. Was aber ganz spannend ist, ist die European Tour. Denn wir haben eine neue Regelung. Es gibt nur noch 10 Tour-Cut-Holder-Qualifier. Im letzten Jahr waren es noch 24. Das heißt, die Pro-Tour-Qualifikation ist umso wichtiger. Und hier ist der Cut-Off-Day für die Turniere 5 und 6, der 29. März. Also wir haben auch da noch ein paar Turnierchen, die gespielt werden. Aber trotzdem gucken wir mal, wer so ein bisschen in den Seilen hängt. Und das geht hier so ein bisschen ab Gagga los, ab Position 14. Da sind es nämlich nur 2.000 Pfund Vorsprung auf Brenton Dolan auf Position 17. Also er wäre Stand jetzt der Erste, der in den Qualifier müsste für European Tour 5 und 6. Also da kann noch einiges passieren. James Wade ist dann doch relativ sicher hier mit 51.000 Pfund. Hier kommt natürlich noch einiges an Events dazu. Also man kann noch ordentlich was verdienen. Aber ihr seht so ein bisschen hier in dem Bereich, da kann noch so ein paar Verschiebungen passieren. In der Main Order of Merit wird es relativ schwierig. Denn da haben wir einen Unterschied von 17.000 Pfund zwischen Ross Smith und Stephen Bunting. Natürlich auch innerhalb, ja können ein paar Plätze getauscht werden. Aber die Leute, die qualifiziert sind, werden auch über lange Zeit des Jahres über die Main Order of Merit sich für die European Tour Turniere qualifizieren. Trotzdem werden wir das so ein bisschen in den nächsten Ausgaben hier im Auge behalten. Denn darum wird es jetzt erstmal gehen. Das nächste größere Ranking Turnier sind ja die UK Open. Natürlich auch da ist die Setzliste relativ, also auch irgendwo wichtig. Denn es kommt ja darauf an, in welcher Runde du einsteigst. Aber ich sage mal, hier liegt jetzt erstmal der Fokus. Gerade auch aufgrund der neuen Regelung, die ich in einem der kommenden Videos nochmal genauer thematisieren möchte. Und das war mein kleiner Rückblick zu den Bayern Players Championship Turnieren. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Good Darts.